Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem, was man hier sieht. Die Aussteller sind wieder zurück. Ich bin froh, dass wir endlich wieder live dabei sein können auf der weltgrößten Vermessermesse. Für mich, als ich Intergeo und Geodatendag seit 1991, oder 1992 in Hamburg bin, ist es ziemlich lange. Ich bin bei Avery. Wir sehen wirklich Licht am Ende des Tunnels. Die Eindrücke sind sehr positiv. Wir haben endlich wieder unser Netzwerk. To me it's the 10th interview. The 10th, okay. It's an anniversary as well. Die Stimmung ist positiv. Ich habe mit vielen sehr zufriedenen Ausstellern gesprochen. Der Blick geht nach vorne und das ist eigentlich das, was zählt, das Signal an die Branche. Wir sind noch da und es geht wieder aufwärts. Ich habe das wirklich missen, weil es immer das Event im Jahr gab, wo wir Menschen mit Menschen sprechen, die wir meistens nicht treffen. Wir haben neue Technologien wie Machine Learning, wie Cloud Computing, aber auch Big Data Analytics. All the megatrends that we have, climate, health. Modernste Visualisierungsmethoden wie Augmented Reality, Virtual Reality oder auch Mixed Reality. All of them have geospatial data in mind and in their application. They have to be linked in order to get to the decision makers. We definitely see much more awareness, definitely more awareness around BIM, but about digitisation in the construction sector as such. That's good. Inspiration for a smarter world is, let's say, setting the guideline for the next decade. It's really a strong topic we have to work with. We also see that the market and the supply chain is now starting to build the capacity to deliver projects in BIM, etc. So we see more and more people adopting new technologies and new processes. Inspiration means that we need to get a mindset to understand and to do all the things. And then, of course, we have to talk about the smarter world. Smartness is technology. We are known for innovation and that innovation spirit is deeply entrenched in our organisation. On the one hand, but it also affects our life in society, in public and professional life. As passionate as Heinrich Wild has been 100 years ago, we are heading towards a more autonomous future. And what does it mean? We are really trying to utilise the data. And also, and that's personally, I think that's really important that we now see a wider adoption of digital technologies, not only in design and construction, but also now in operation and maintenance. So what we call the whole life cycle of an asset, that's now slowly starting to happen. So that's all the positive things that I'm seeing. So that's all the key.